servus ohne mit recht herzlich willkommen zurück zu minecraft so freunde ich habe unser unser menschen hier mal auf die 1 24 geupdatet wurde auch langsam zeit da wir jetzt geupdatet sind würde ich sagen machen wir mal weiter wir haben jetzt unsere unsere dings fertig hier unsere kuppel ist ja fertig soweit so gut ist die frage wie wir das hier innen drinne das würde ich jetzt noch nicht machen ich würde es erstmal draußen machen durch so ich würde es mit ihr draußen machen machen wir es auch mal draußen machen wir es draußen machen wir es auch draußen wie machen wir das jetzt draußen ich brauche auf jeden fall wird sorgen weil ich das einzige was geil aus und hier wie machen wir dort oben haben wir ja so weit fertig rein theoretisch müsste ja jetzt hier ein ding sein wir können das mal ausprobieren wir machen wir hier so ich habe mir gerade eine idee so und dann würde ich sagen machen wir hier so 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 Ja. 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 Wie finde ich das jetzt? Es ist so gut. müssen wir dort oben noch irgendwas dran machen weil so die rote ding sieht blöd aus die frau ist machen wir hier machen wir hier so ein kranz dran da haben wir das mal weg hier dann quasi so hier weißt du weißt du verstehst du hier machen wir halt so 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 guck mal wie das aussieht dann hier würde ich ja so ein rein machen und hier dann halt solche vielleicht machen wir das aber anders mal hier noch eins rum machen wir das hier so dass du das direkt so setzen wenn du es machen soll dann macht das nicht und wenn du es nie machen soll dann macht das auch das ist so das ist so ich hatte mir jetzt gedacht ich hatte mir jetzt so gedacht dass wir das so machen müssen außer das vielleicht auch ohne wir haben das jetzt so gemacht wir sind Das ist einfach mal so hier. Hier müssen wir es ja dann irgendwo woanders rummachen. Warte mal, dann haben wir das mal wieder weg hier. Äh, so. Meine Tee ist so hier. Ich spiel mal hier runter. Ist natürlich das gut, wenn das hier rot ist. Ich hatte jetzt irgendwelche Probleme irgendwie. Was wird nicht mehr angezeigt? Was wird nicht mehr angezeigt? Ich habe nämlich vor uns ein Problem mit dem Treiber. Der Grafiktreiber wäre irgendwie im Ohr und so. Minecraft, wo man das geht, ne? Oder? Ich denke, das kann man so machen. Warte mal. Jetzt machen wir mal kurz noch, äh, mal gucken, wie das aussieht. Können wir jetzt hier drunter. Können wir jetzt hier drunter die Dinger reinsetzen. Das ist aber nicht richtig, oder? Sie sind das nicht so richtig. Genau. Das muss man mal. Das muss man wieder schick machen. So ist besser. Ja, das geht, das geht fit, so. Denke ich da auch? Was meint ihr? So. Brauchen wir den Scheiß oder weg? Und hier denke ich mal, machen wir einfach mal so hier. Hier würde ich sagen. Oh ja, kann man schon so machen, oder? Ich denke, das geht fresh. Jetzt ist die Woche. Warte mal, wir gucken es uns mal von oben an. Von der Bilba da oben, du. Das müssen wir mal. Man sieht halt jetzt nicht mehr alle Dings, ne? Das ist halt jetzt hier so eine Fläche. Du siehst halt nur, wenn du hier auf die Seite gehst, dann siehst du das so. Haben wir noch genug von den Stufen? Ich hoffe es. Die gehen sowieso nach unten dran, ne? Genau. Da können wir jetzt, wir machen erstmal den Kranz mit den Stufen. Da. Da haben wir nämlich das dann auch erstmal weg, die ganze Geschichte. Das ist so. No. Das ist so. so hier geht es ja dann so hoch bedeutet machen wir so nehmen wir nicht so dann machen wir so würde ich sagen so den machen wir so weil da wissen wir nämlich sofort was geht dort ran das problem wird nicht sein hier können wir machen das auch das hier sein muss dass das hier nicht so gut aussehen da machen wir das so ich hätte ja halt gar nicht so gemacht deswegen lassen wir das mal so das ist falsch hier machen wir ja so hier so jetzt haben wir doch hier haben wir noch ein bisschen haben wir noch ein bisschen haben wir noch aber naja warte mal wir machen jetzt erstmal hier weiter damit wir vorankommen so 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 müssen wir so dann gleich ein neues holen haben wir bloß eine neue so viel brauchen wir auch gar nicht mehr weil das ist ja doch auch noch einiges weil wir sind ja noch immer komplett hängstherum okay schon immer es ist es match noch nicht ganz so finde ich obwohl es geht aber das ist glück noch zu zu unauffällig so die die das ist noch ein bisschen so ja ja man könnte natürlich sagen ja das könnte man sagen aber das könnte man halt sagen ich müsste nämlich auch gleich mal auf die Toilette ich müsste gleich mal auf die Toilette weil wie müsste ich mal so so warte mal wir machen das jetzt noch schnell fertig dann machen wir den hier ran den da ne ist richtig sehr gut da 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 ziehen wir das jetzt noch schnell immer hier herum rum und dann ist das offen für die Folge erstmal geschehen Und dann brauchen wir extremst viele Bilderraum. Ach so, oh, ach so, siehst du, da könnte man auch gleich den abreißen, da können wir auch gleich den mit abreißen und setzen jetzt hier quasi so dran, den reißen wir auch ab, setzen den auch so dran. Und da ist das nämlich auch fertig. So. Oder? Man sieht voll die krasse Reflexion, ne? Mit den Goldblöcken. Weil hier kommt ja auf jeden Fall dann noch der hier hin. So. Der auf jeden Fall. Ja, nu klar, mach den da dran. Digi, was soll's? So, und dann musst du da oben noch die Krone drauf und dann hast du das eigentlich auch erledigt. Und hier muss natürlich noch der hier unten drunter. Du musst auch aufpassen, weil... Dorte kommt da hin, also müssen die zwei müssen auf jeden Fall... Auf jeden Fall aufgesetzt werden, äh, runtergemacht werden, damit die hier... So, die müssen auch gemacht werden, so... Dann machen wir die auf der anderen Seite auch noch fix, was wir alles so machen wollen, ne? Und dann geh ich schon mal auf die Lette. Da müssen die Fenster schon rein... Wird eigentlich geplant, hier barische Fenster reinzumachen, ne? Aber, naja... Also, was heißt barische Fenster, ne? Also, das sind ja arische Fenster, aber ein paar... Also, auch schon... Ein paar von denen, äh... Grün und so, wirst du nicht mehr hin... Mhm... 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 Den wollen wir wieder haben... Dankeschön... Eigentlich würde ich hier Bund-Glas reinmachen, deswegen... So... Ja, warte mal, dann machen wir hier noch die Teile rein... Machen wir das hier noch rein... Ja, dann machen wir das hier so... Und dann so... Da brauchen wir auf jeden Fall noch viel mehr Stufen... Weil... Das wird ja sonst ein bisschen heikel... Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge... Wir gehen mal schnell hier durch... Hier machen wir dann noch eine Tür rein... Eine große... Eine riesengroße... So... Und damit würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge... Danke fürs Dabeisein... Bis zum nächsten Mal... Und ich sag... Ciao... Mit V... Toodaloo... 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 Toodaloo...